Mit was für einen Klimbim, die da angeblich zum Mond geflogen sind. Seht euch das einfach mal an. Seht ihr das mit was, wie das aussieht? Im Endeffekt, als würde das mit Isoliermaterial verpackt sein. Also im Endeffekt, als würde man irgendwelche Wasserleitungen isoliert haben im Haus. Und damit wollen die dann auf dem Mond gelandet sein mit so einer Wackelkiste im Endeffekt. Guckt euch mal diese Bleche an, wie verbeult die sind. Das ist doch lächerlich, Leute. Wie soll denn sowas überhaupt dicht halten? Wenn du das ganz normal, logisch und frei betrachtest, funktioniert dieser Müllhaufen einfach nicht. Seht euch das einfach an. Das ist einfach ein riesiger Haufen Schrott, Leute. Das ist einfach ein riesiger Haufen. Das ist einfach ein riesiger Haufen. Das ist einfach ein riesiger Haufen. Untertitelung des ZDF, 2020